Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA San Andreas. Ja, es geht weiter hier in der Prachtwelt. In der letzten Folge war ja der Krampf mit diesem Gebieter erobern. Oh, ein Blaster gepackt. Oh Gott, das war echt... Keine Ahnung, was da jetzt so lange gedauert hat, ehrlich gesagt. Gut, das kommt mir wahrscheinlich jetzt so schwer vor. Ey, weil ich keine Cheats wie früher benutzt habe. Wo ich einfach mit den Waffen mit dem Raketenwerfer, da kannst du die ja easy wegsnacken. Aber jetzt muss ich ja alles ohne Cheats machen. Gut. So, das Problem ist, ich weiß nicht, wir haben jetzt zwei Missionspunkte. Einmal Small, nicht Sweet, und einmal CJ. Aber ich muss mal gerade gucken, wo ist ein CJ? Hier oben. Was ist denn da jetzt noch zu machen? Keine Ahnung. Ah, ich glaube, ich weiß es. Müsste die Mission sein, aber ich weiß es nicht genau. Oh, Ring, Ring. Hä? Kann man das irgendwie überspringen? Achso, weil wir ja nicht gespeichert hatten. Dann speichere ich es jetzt mal hier nochmal, damit wir jetzt auch wieder hier laden können, weil die Mission von Sweet ist ja jetzt hier. So. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir jetzt wirklich die ganzen Gebiete erobern müssen, um mit der Story voranzukommen. Wir für Life. Ja, ich weiß nicht, wie wir das sind. Wir haben immer wiedersehen. Es ist immer so, wie es ist. Und nicht immer wiedersehen. Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Was ist's? Ja. Ich bin so glücklich, wie Sie wiederkommen sind. Na, es ist nicht wie es ist, aber es ist nicht so. Wir haben sich immer wieder. Wir haben immer wieder einmal wieder. Ich habe ihnen zu sagen, was das wichtig ist. Wir haben euch alles wissen. Grofe ist wieder auf dem Bett. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know I got other things in mind, commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good, leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. So you got a plan? Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take you back for the Grove. Okay. Let's get those motherfuckers. Noooin, noooin, noooin. Los, ein Lord must zurückerobert werden. Okay. Was, hab vergessen, wie ätzend das ist. Boah, ein Sweet Ash geht mir wirklich auf den Sack. Dieses, äh, Grove, ähm, Grove Street Gang und, äh, deine Hood, deine Hood. CJ hat schon recht. Die Welt ist größer als diese, dieses Leben. Und wenn es ihm noch nicht gefällt, dann soll er so... Du hast aufs Lassen. Jetzt müssen wir hier nur Wallace finden. Ich versuche mich mal irgendwo... Ah, guck mal. Ey. Irgendwo eine Gruppe zu finden oder irgendeinen Platz zu finden, wo wir uns vielleicht ein bisschen... ...Schutz haben, also... Wo wir so ein bisschen, ähm, was sag mal denn? Dass wir keinen im Rücken haben können. So meine ich das. Vielleicht hier drinnen? Ist vielleicht ganz cool, ne? Ist glaub ich nicht so dumm. So. Muni, müssten wir noch genug haben? Was? Oder? Ach, guck mal. Ach, du Scheiße, was ein kleines Gebiet. Ah, ah, ah. Oh, das ist meine AK. Nein, ich hab wirklich gespeichert. Also... Ich kotze. Aber die ist auch ganz gut, die Waffe. Oh, Alter! Okay, das war's. Alter, wat? Die kommen doch... Alter! Boah, der ist sweet, ne? Sind die jetzt... ...kleben die jetzt alle hier in deine Mauer, oder was? Die sind jetzt nicht ernsthaft hier drinnen. Ja. 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 Ja, komm. Jetzt. Okay, die erste Welle haben wir überstanden. Hm. Ist da irgendwie ne... Boah, ne kugelsichere Weste. Das überleben minimalst. Da ist einer. Oh, fuck this, ey. Oh, sweet, bitte. Boah, wie kann man nur so nervig sein? Ähm. Äh? Achso, doch. Ich setze hier mal einen kurzen Cut. Ich, äh, kaufe jetzt erstmal wieder Waffen ein und ne kugelsichere Weste. Also, bis gleich. So. Ja, macht mal. So. Oh, ein Bandenmitglied ist tot. Ich hab jetzt einfach mal Bandenmitglieder rekrutiert hier. Ich denk, das ist... Ach, das ist schon... Ist das jetzt schon? Oh, komm. Komm mal da. Er kommt da noch weiter. Ah. Ist jetzt auch wieder der hinten dran, oder was? Tatsache. So. Sehr gut. Hat keiner irgendwas gedroppt? Nee. Aber das ist nicht schlimm. So. Gucken wir mal wieder in die Richtung hier. Ja. So. Jetzt kommt es natürlich wieder total ungünstig von beiden Seiten. Oh, geh doch mal weg. Alter. Alter, wie schaffen die das denn immer? So behindert? Durch die Gegend zu latschen. So. Die zweite Welle überstanden. Vorne ist Leben, aber ich brauch noch nix. Ja, so dumm von zwei Seiten. So. Ich bleib mal wieder hier in der Ecke sitzen. Das war eigentlich ganz gut. So. Die kommen hier zuerst. Okay, sehr gut. Dann ist mal wieder nicht zu nah ans Auto. Au. Hallo. Hallo? Oh, jetzt sind wir da drinnen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So. Sehr gut. Okay, das Viertel gehört uns. Da vorne ist noch ne Kugelsichere. Die hol ich mir mal schnell. Da stimmt's gut. Wer schießt denn hier? Ach, der Korb. Alter, der ist voll cool, der Typ. Ich glaub ich... Ey, das mach ich. Das ist... Relativ ne gute Hilfe. Ach, guck mal. So. Ähm, was ist denn jetzt da vorne? Was wird denn jetzt da angezeigt? Hä? Was war denn da gerade gelb? Genau, dann gehen wir grad zu unseren restlichen... Gangmitgliedern hier und heuern die auch gleich noch an. So. Ups. Oh. Ach so. Genau. Und jetzt haben wir ne gute Gruppe. Gut. Boah, weiter geht's. So. Wo sind die Nächsten? Jetzt gehen wir mal... Machen wir mal das Viertel. Oder? Ne, das hier will ich auch. Alter. Boys. Come on. So. So. Mal gucken, dass hier keiner irgendwas umfährt. Da müssten jetzt theoretisch hier welche stehen. Oder so. Weiß nicht. Hier. Hm. Jaja, schön für dich. Hä, wo ist das... Das ist die Autobahn? Dankeschön. Wieso haben wir denn... Ja, egal. Machen wir halt das Viertel jetzt zuerst. So. Uah. Uah. Oh nein. Jetzt haben wir zwei Sterne. Oh, ich krieg's. Ich krieg's kurz. Oh nein. Nein. Ich lade jetzt nicht neu. Sonst ist nämlich das Viertel, glaube ich, weg. Wobei ich jetzt nicht weiß... Ich brauche was zum Fahren. Oh. Leck mich doch. Ich weiß jetzt, warum ich so lange GTA nicht aufgenommen habe. Ich wusste, was das scheiße wird. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt nochmal neu lade, ist halt das eroberte Gebiet jetzt weg. Was ist das? You're laughing, bitch. You're laughing, bitch. Denk ich mal. Lass es so sein wird. Ich... Okay. Okay. Nein. Moment, ich... ich google mal gerade... Ich setz nochmal einen Cut und google mal grad, wo hier ein Raketenwerfer steht, weil das ist ja echt, ey... What the hell. Also... Bis gleich. So. Heilige Scheiße. Hat hier irgendjemand nochmal ne... ne Weste gedroppt? Ja, da hinten. Ähm... Ich habe jetzt mal... Ich bin jetzt extra nach Las Venturas geflogen. Oh nein, 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 nein. Nicht überfahren. Nicht sweet überfahren. So. So. Jetzt. Da lang. Wenn wir Glück haben. Habe ich mit Raketenwerfer, genau. Habe ich dir geguckt, wo die spawnen, die scheiß Dinger. Und. Habe mir jetzt einfach mal bei zwei Spawnorten das Ding geholt. Und ich finde, das ist viel, viel angenehmer. Das Ding ist nur, ich muss jetzt erstmal. Das Gebiet hier. Schön hierbleiben, Leute. Irgendwie. Wie kommt, wie macht man das denn jetzt? Mit dem einen Gebiet. So, alle mal bitte herkommen. Wer schießt? Da ist noch Leben. So, sind alle da? Nee. Das müssten hier irgendwo welche sein. Hoffentlich bitte, bis du lasst da welche spawnen. Ach, das sind doch welche. Ja, ja, ja. Sehr gut. Das ist ja ein 4. Sehr gut. Oh, da kommen sie ja schon. Oh, fuck. Wieso stehen die da so dumm? Ach, du Kacke. Wo ist der Raketenwerfer? Let's go, CJ. CJ, who painted that shit on you? CJ, keep them ringing. Ball is gonna cry to mom. Okay. Es sieht dann zwar aus wie scheiße, aber, ähm... Sorry. Jetzt müssen wir alle... Scheiß Viertel erobern, ey. Ich könnte so kotzen. So, jetzt kommen wieder alle von da. Okay, jetzt müssen wir aber irgendwie gucken. Komm mal mit. Ähm, ja, wir müssen erstmal weg hier. Sonst werden wir überfahren. Ich brauche jetzt erstmal ne Karre. Hier. Gib mal bitte deine Karre, Dude. Ist er böse? Ne, das ist ja einer von uns. Oder? Hä? What? Was haben wir denn jetzt? Polizei. Oh, wir haben es endlich geschafft, Mann. So, jetzt fahre ich gleich runter und fahre ich halt, ob die Autobahn dann fahren. Oder? Ja, da hast du gesagt, back to Grove Street. Oder? Ja. Oh. Was ein Krampf, ey. Die Aufnahme geht jetzt für über 40 Minuten. Ich hab halt jetzt, ich hab jetzt immer nicht die Aufnahme beendet, weil sonst ist es beim, 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 beim Schneiden, also wenn ich es dann zusammenfügen will und rendern will, dann ist es immer so ein bisschen, äh, scheiße, deswegen, äh, schreibe ich mir die Zeiten, äh, okay. Schreibe ich mir die Zeiten auf. Ja, bro, sie fand meh, Handle, those Ballers. Johnson, boys roll right over. Okay, dog. I'm gonna get some sleep, I'm beat. Here, I took this from one of those Baller fools. Probably drug money. Here's your half. Oh, dankeschön. Zehntausend! Juhu! So, schnell rein da. Oh, sehr gut, sehr, sehr gut. Ups. Okay, bitte, bitte speichern, ey. Jetzt krieg ich hier einen Kotzkrampf. Gut, wir haben, äh, acht, ne, achtzehn von vierzig. Doch. Krass, doch ganz schön was verballert. Naja, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Und ich hoffe wirklich nicht, dass wir für die Story alles machen müssen, weil dann habe ich echt ein Problem. Gut, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ähm, fürs Durchhalten mit mir auch. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.